1982, die Wärme in Spanien. Da ging es hier in der Kneipe hoch her. Das war ja, als Toni Schumacher den Franzosen umgenietet hat. Denken Sie an mein Bier? Batistan, genau. Batistan. Erinnerst du dich noch an die Wande? Na klar, erinnere ich mich. Nessing und der Treueschwur. Tod den Verrätern. Warum haben wir uns von Peter so einschüchtern lassen? Der Stärkste hat immer das Sagen. Und die anderen halten die Klappe und Geräusche. Und was ist mit Inka? Warum ist sie eigentlich geblieben? Sie passte so gar nicht zu Dingen. Ich bin aus Inka auch nicht schlau geworden. Naja. Manchmal war ich trotzdem eifersüchtig auf dich. Auf mich? Na komm, jetzt stell dich nicht blöd. Inka war nur wegen dir dabei. Was ist los? Warum redest du plötzlich von der Bande? Der Pfarrer wollte mit mir darüber sprechen. Du glaubst, das alles hängt mit Arturs Verschwinden zusammen? Olli, du musst endlich aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Du hättest ihn nicht ewig beschützen können. Nein, ich weiß. Aber an dem Abend, ich hatte es den Berjakovs versprochen. Ich hab mir das nie verziehen. Danke. Danke. Na ja, lieber Jakovs. Sind die nicht relativ spät aus Russland ausgesiedelt? Ja. Man weiß nie, wozu Menschen in der Lage sind. Pauline? 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 Zu Hause ist sie auch nicht. Ich hab schon mit ihren Eltern telefoniert. Und an die Handy geht sie nicht ran. Kann ich dir vorher was zeigen? Oliver? Ich hab ich ihn. Und da war es. Wir gehen deshalb so aufs Pferde. Wir Jahren drehen wir uns das noch. Ich bin irgendwie zu Hause, Und das ist ein paar Wunschluss.